Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader, heute ist der 18. Dezember, jetzt muss sie selbst erst nochmal kurz auf die Uhr schauen. Wir haben Dienstag, 2. Handelstag der Vorweihnachtswoche. Gestern kam ja dann nach einem, naja, im Bereich der Indizes relativ lau am Vormittag, am Nachmittag doch ordentlich noch Bewegung rein. Da gucken wir gleich auch nochmal drauf vorab, aber herzlich willkommen auch alle die hier live zuschauen. Elena und Ludger Holger und ich lade jeden ein, der dabei ist. Ich weiß auch im GoToWebinar schauen, viele Teilnehmer hier auch zu. Wenn Fragen auftauchen, bitte nicht schüchtern sein, sondern einfach in die Chats hineinschreiben. Dann kann ich die Fragen natürlich gerne beantworten oder auch den ein oder anderen Wunschschat mit betrachten. Bevor wir das Ganze machen, der wichtige Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das ist ein wichtiger Punkt. Bitte nehmen Sie das Ganze hier im Risikohinweis auch zur Kenntnis. Machen wir weiter mit der Tagesvorbereitung. Tagesvorbereitung heißt wie immer der Blick auf wichtige Nachrichten hier. Und da steht heute um 10 Uhr der IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland an. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr interessant hier auch die Nuancen zwischen den Zeilen zu lesen. Denn hier erfahren wir, wie es den Firmenlenkern momentan geht und wie die in die Zukunft blicken. Das ist ja sehr, sehr wichtig. An den Kapitalmärkten wird die Zukunft gehandelt, egal ob am Index oder im Währungsbereich. Deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiger Fakt, den wir hier heute um 10 Uhr bekommen. Um 14.30 Uhr bekommen wir dann aus den USA die Baugenehmigung für den Monat November. Und dann haben wir das heute mit den wichtigen Nachrichten schon durch. Wir sehen ja hier noch die Informationen rund um die Baugenehmigung aus den USA. Bekommen wir dann auch um 14.30 Uhr, also zur gleichen Zeit, noch das Thema Wohnbau beginne. Also das fasst so ein bisschen ineinander zusammen. Also diese Nachrichten hier für den heutigen Tag an dieser Stelle. Wir schauen heute in den Charts von Euro-Austral-Dollar, Euro-Britischer Pfund und Euro-Türkische Lira nach interessanten Situationen. Jetzt wo ich das gerade lese, sehe ich gerade heute ziemlich Euro-lastig. Aber völlig egal, Hauptsache es bewegt sich was. Und beim Punkt Bewegung gehen wir auch gleich einmal in die Charts an dieser Stelle auch hinein. Und möchte hier gleich nochmal kurz ein Wort zum DAX loswerden. Ich habe gestern auch ein paar Anfragen bekommen über meinen Ausbildungskanal, wo es dann heißt, Mensch, wir lesen hier in diversen Foren, naja, der DAX, der könnte noch hier in der Jahresendrallye bis 11.000 Punkte laufen. Und dann kam die Frage, na, wie schaffen wir es denn dabei zu sein? Und da sage ich an dieser Stelle, oder habe ich demjenigen gesagt oder denjenigen genauso, wie ich das hier an dieser Stelle auch tun möchte, das sind alles Dinge, die können passieren. So wie wir hier jeden Morgen entsprechend auch auf die Charts schauen und sagen, was sind denn mögliche Verhaltensmuster, was könnte denn hier in den Märkten passieren? Das ist der eine Fakt. Der zweite Fakt ist natürlich, das Ganze bezieht es auf die Charts. Geht nicht irgendwo long rein, weil gesagt wird, naja, der DAX, der könnte ja noch auf 11.000 Euro steigen. Der könnte Punkte steigen. Der könnte auch auf 10.000 Punkte fallen. Das ist immer eine Sache des Szenarios. Und wichtig ist halt, bevor eine Entscheidung für den Trade getroffen wird, wie ich das in den edukativen Parts auch schon häufig gesagt habe, warten Sie ab, bis der Markt das Szenario spielt. Das heißt, wir haben im DAX, wir sehen es hier, übergeordneten Abwärtstrend. Da ändert sich nichts dran, selbst wenn der Markt auf 11.000 Punkte steigen sollte. So what? Es bleibt ein Abwärtstrend. Ja, das heißt, das, was wir dann sehen, ist möglicherweise ein kleines Zurückschnäpsen als Korrektur, möglicherweise der Beginn eines Aufwärtstrends, das weiß kein Mensch. Das Szenario dazu kann aber gebaut werden. Das ist wichtig. Das heißt, wenn jetzt jemand dieses Szenario spielen möchte, kann er das gerne tun. Wichtig ist, vorher schon mal genau bearbeiten, wie muss denn das, was im Chart passieren soll, aussehen, damit der Markt nach oben läuft. Weil einfach nach oben jetzt reingreifen ist aktuell, wir sehen es ja hier im Chart, ein Griff ins fallende Messer. Das kann jeder machen natürlich, das ist kein Problem. Aber wir wollen ja hier profitabel traden. Von der Seite her ist es doch besser und viel entspannter, wenn wir uns vom Markt anzeigen lassen, wann es wieder nach oben geht. Und das kann man, wie schon gesagt, gut sehen. Ich werde da nicht müde, das zu sagen. Wenn wir uns einfach mal den Stundentrend anschauen und wenn wir sowas hier sehen, da muss ja irgendwo mal Schub nach oben kommen. Das heißt, der Stundentrend, den wir hier sehen, muss ja gebrochen werden. Also, wenn ihr sowas traden wollt oder sie sowas traden wollen, warten, abwarten, bis der Markt uns anzeigt, jetzt geht es hoch, jetzt geht es ein Stück nach oben, dann kann man sowas ganz kurzfristig traden. Ansonsten auf das große Rauschen am Markt schauen und das geht halt momentan eher noch nach unten, auch wenn wir uns die US-Märkte anschauen. Damit genug der Vorworte hier zum DAX und auf die Fragen, die ich hier in diese Richtung bekomme. Widmen wir uns den Dingen, die wir heute auf der Uhr haben. Und da würde ich sagen, fangen wir mal hier mit der Euro-Türkischen Lira an. Das ist ja ein Chart, der hat dieses Jahr ganz ordentlich Bewegung gehabt. Da war viel, viel Schub nach oben. Ja, und seit geraumer Zeit auch viel, viel Schub nach unten dabei. Interessant, was wir hier jetzt sehen. Was sehen wir hier? Wir sehen sehr schön diesen Abwärtstrend, der hier in Schwüngen auch nach unten läuft. Hier gab es aber noch einen kleinen Zwischenschwung drinnen. Das vom Prinzip der große letzte Bewegungsschub, der hier unten um die Marke von 585, 866 angefangen hat, nach oben hin anzusteigen. Deswegen hier das Ganze noch einmal mit einer Korrektur gekennzeichnet. Und jetzt finde ich das sehr, sehr schön, dass wir hier mal wieder eines der wichtigen Korrekturmuster in der technischen Analyse am Markt sehen. Hier bildet sich ein Dreieck aus. Und jetzt muss man einfach wissen, wenn ein Dreieck in dieser Art und Weise in einem Abwärtstrend auftritt, ist das in der Regel ein bärisches Korrekturmuster. Wenn ein Dreieck, ein solches Dreieck in einem Aufwärtstrend auftritt, ist es eher ein bullisches. Hier tritt es im Abwärtstrend auf, das heißt an dieser Stelle, wenn das passiert, was im Normalfall bei diesen Mustern passiert, dann können wir schon davon ausgehen, dass wir hier einen Bewegungslauf nach unten wieder sehen. Möglicherweise Bruch nach unten, dann erst einmal hier natürlich unter das Tagestief, unten drunter hier bei 599, 834. Hier haben wir noch einen Tagestief, dann wäre der Weg erst einmal beschritten, bis runter hier in diesen Support-Bereich um das aktuelle Tantiv bei 585, 866. Darunter hinaus gibt es natürlich auch noch ein paar Marker, die man mitnehmen könnte. Das heißt, wir haben ja hier gar nicht allzu weit weg hier schon wieder. Den nächsten Punkt liegen hier diesen Ausbruchsbereich, wo wir hier wirklich drüber gelaufen sind und dann dieser massive Schug nach oben gekommen ist. Da kann doch durchaus der ein oder andere Widerstand warten. Das ist hier so der Bereich um die Marke von 575, 4 in diesen Bereichen etwa. Und dann kann man natürlich auch schauen, was gab es denn hier in diesem untergeordneten Trend, der sich hier gebildet hat, wer hier dann in seine Extreme gelaufen ist. Das heißt, hier diese Hyperbole auch gezeichnet hat im Chart. Da haben wir halt hier diese entsprechenden Trend-Tiefs um 553 und dann hier unten dieser Bereich um 528, mal ganz grob genannt. Das sind dann Anlaufbereiche, wo uns durchaus dieser große Abwärtstrend hier an dieser Stelle noch hinführen kann. Wichtig, da muss er erst mal hier unten drunter durch. Für diejenigen, die sich sagen, gut, okay, wir haben jetzt hier diesen Seitwärtslauf, der kann natürlich auch nach oben gehen. Natürlich, das ist alles kein Problem. Im Sinne dieses Abwärtstrends wäre ja auch noch Luft hier bis oben rein in die 627, 964, in dieses aktuelle Korrekturhoch der letzten Korrektur und der anschließenden Bewegung. Bis daran können wir laufen im Sinne des Trendhandels. Wenn es darüber hinausgeht, müssen wir uns eh neu orientieren. Warum? Weil wir dann einen Aufwärtstrend gebildet haben, der möglicherweise den Abwärtstrend gebrochen hat. Also sozusagen hier, das stellt dann die Korrektur da. Und wenn wir dann nach oben laufen, haben wir ja untergeordneten Aufwärtstrend. Und wenn der dann diesen Bereich auch komplett rausnimmt, dann hier ist ein Aufwärtstrend am Lauf. Und wenn der sich dann fortschreibt, dann haben wir aber auch interessanterweise sehr, sehr schöne Punkte, wo wir dann nach oben hin handeln können. Da müssen wir einfach mal warten. Aktuell haben wir hier den Abwärtstrend am Laufen. Das ist das bärische Korrekturmuster. Brichts nach unten, ganz normal, klassischer Bewegungsverlauf. Ansonsten schauen wir, was hier nach oben gehen kann. Da wird natürlich hier auch die Marke wichtig, die aktuelle Korrekturhochmarke. Also von dieser Korrektur, die jetzt hier zwei Tage am Stück nach oben gelaufen ist, bevor hier diese Seitwärtsbewegung angefangen hat, bei 627, 4, 2. Das hier auf der Oberseite, die Unterseite halt besprochen. Und der Stundenchart, da sehen wir halt auch, der verrät uns noch nicht ganz so viel. Deswegen gehe ich hier trotzdem nochmal rein. Warum nicht? Weil der Bewegungsraum halt immer kleiner wird. Die Schwankungsbreiten werden immer, immer enger. Deswegen sehen wir das an dieser Stelle ja auch als Dreieck hier im Chart. Damit gehen wir in den nächsten Markt hinein. Unser britischer Nachbar ist heute mal wieder dran mit einem Blick in den Chart. Da ist ja viel los. Ein sehr politischer Markt auch. Bewegungen können hier immer wieder auch durch Sachverhalte, durch Äußerungen der entsprechenden Stellen hier. Das kann die europäische Seite sein. Das kann aber auch die britische Seite sein. Wann auch immer was kommt, kann hier natürlich deutlich Bewegung reinkommen. Gucken wir uns das Ganze erst einmal nur technisch an. Rein technisch haben wir hier den Aufwärtstrend. Ich hatte das vor ein paar Tagen schon mal besprochen. Wir hatten hier entsprechend da diese erste Schubkerze nach unten. Und damals sagte ich auch, okay, ein guter Anlaufbereich für die Unterseite wäre hier der Markt um die 0,89, 3,5. Hier kam der Ausbruch, die Trendentstehung und der Bruch über dieses Hoch hier, wo der Abwärtstrend rausgenommen wurde. Das war die Marke. Das sind auch häufig Marken, die sich ganz gut so ein bisschen, wie sagt man so schön, zum Abfischen nutzen können. Das heißt, tiefe Korrektur ohne Umkehrsignale einfach rausnehmen, wenn dann die Umkehr kommt. Das passt ganz gut. Nur hat sich das Ganze etwas anders gestaltet. Wir sehen jetzt hier in diesem blauen Bereich in der Stunde, im Stundenchart, den gucken wir uns auch gleich an, eine Art Bodenbildung. Wir sehen hier ansteigende Hochs, das heißt, da schiebt der Markt, entschuldigen Sie, ansteigende Tiefs, da schiebt der Markt so Stück für Stück von unten nach oben. Will hier oben noch nicht ganz raus, aber das Bild dreht sich so langsam um. Das heißt, hier könnte sich wirklich schön was für die Oberseite formen. Wenn das funktioniert, dann natürlich hier als nächste Anlaufpunkte mit dem Blick auf das Hoch hier oben. Wo haben wir es gehabt? Bei 0,90,872 ist das Hoch hier gewesen. Da haben wir noch zwei Tageshochpunkte liegen hier. Einmal dieses Tageshoch um die 0,90,151 und dann hier oben diese beiden Tageshochs, die extrem eng beieinander liegen bei 0,90,696. Das ist der Marker hier oben in diesem Bereich, wo wir hinlaufen können mit Blick nach unten. Wenn sich dieses Bild doch nicht bestätigen sollte, steht natürlich dieser Supportbereich hier im Raume. Und wenn es dann doch noch deutlich tiefer gehen sollte, das planen wir nicht heute. Aber wir haben ja auch noch ein paar Tagestiefs liegen, die möglicherweise abgeholt werden können. Aber ich bin da dann eher ein Freund, hier bei so weiten Dingen nicht zwangsweise auf die Tagestiefs jetzt schon zu schauen, sondern eher auf die untergeordneten Trendverläufe. Das sehen wir dann hier entsprechend in der Stunde. Und den Stundenchart schauen wir uns direkt jetzt auch mal an. Da zoome ich wieder erstmal ein kleines bisschen rein. Und hier sehen wir das, was ich gesagt habe. Wir haben jetzt hier sehr, sehr schön diesen Abwärtstrendverlauf. Das sehen wir hier. Und jetzt hier in diesem Bereich, in diesem blau markierten Bereich, da will der Markt nicht so richtig drunter. Und da bekommen wir so langsam, so langsam aber sicher Aufwärtsdynamik. Und das ist halt der Fakt, der hier wirklich interessant ist. Wenn sich diese Aufwärtsdynamik fortsetzt, dann haben wir eine echte Chance, wenn der Markt das spielt, oben drüber zu laufen, diese gebildete Bodenformation hier hinter uns zu lassen und dann wirklich nach oben hin zu laufen und den übergeordneten Trend entsprechend fortzusetzen. Da ist einiges an Potenzial da. Und jetzt will ich nochmal ganz kurz auf die Unterseite blicken. Hier sehen wir auch nochmal im Stundenchart sehr, sehr schön diesen Bereich hier, diesen Staubereich, wo sich zuerst der Markt unten drunter gesammelt hat und dann deutlich drüber gebrochen ist. Und das ist dann das sogenannte Support Level hier in diesem Markt, weil einfach hier viele, viele Händler auch mit Long Positionen aktiv gewesen sind. Und wenn die hier an dieser Stelle sich nicht trennen, dann ist halt die Frage, warum soll dort dann plötzlich Verkaufsdruck aufkommen? Und da kommt es dann halt nicht selten zu den Kauferscheinungen, dass es nach oben geht. Aber wenn hier Verkaufsdruck aufkommt, ist das natürlich auch ein Zeichen. Da würde die Korrektur dann tiefer laufen. Und dann können wir uns halt schön auch in diesen Trendtiefs entsprechend orientieren. Das heißt hier Bewegung, Trendtief, Bewegung, Trendtief. Das heißt, das sind dann wirklich die Marker hier um die 088814 bzw. hier unten das die 088608. Das sind wichtige Punkte, die wir dann aus den Trendverläufen auch mit herausnehmen können. Damit hier genug zum Euro-britischen Fund. Wie schon gesagt, wenn Fragen dazu sind, dann einfach bitte direkt rein in die Chats. Dann kann ich darauf eingehen. Wir gehen jetzt hier als nächstes in das Währungspaar Euro-Australdollar. Hier ein Chart, der mir auch immer wieder persönlich im Trading Freude macht. Das hängt auch mit den Beziehungen zu Australien zusammen. Aber da bin ich nicht verliebt, sondern gehe einfach in den Markt hinein, wie er es gerade spielt. Und der Punkt ist halt, weil ich halt relativ eng an diesem Markt dran bin, habe ich mich halt mit dem Währungsverhalten auch schon in meiner Erfahrung sehr, sehr weit auseinandergesetzt. Deswegen macht mir das immer besonders Freude, solche Dinge, wie wir sie hier haben, auch zu spielen. Weil das Verhalten dieses Marktes halt momentan immer wieder gleich ist. Und hier, das ist halt auch schön. Wir hatten ja den Ritt nach unten begleitet. Das war auch wieder schön und hervorragend. Jetzt haben wir hier vom Markt wieder gezeigt bekommen, naja, guckt mal hier unten. Da war jetzt das Ende, der Endbereich. Wir hatten ja das letzte Support-Level hier, was man hätte noch anlaufen können hier in diesem Bereich um die Marke von 1,52, knappe 8. Das wäre gut und gerne möglich gewesen. Aber der Markt hat hier gesagt, nö, ist genug. Das ist alles, was wir an dieser Stelle entsprechend brauchen. Und da hat er hier den Trend erstmal rausgenommen mit dieser schönen Bewegung anstelle nach oben hier. Und das ist jetzt interessant zu sehen. Hier geht es nach unten und dann entsprechend die korrektive Phase läuft jetzt so Stück für Stück nach oben. Und hier, hier wird es jetzt megamäßig spannend. Warum wird es spannend? Weil wir hier vor einer entscheidenden Stelle stehen. Entweder, entweder der Markt fällt zurück. Jetzt muss ich hier mal eine andere Farbe nehmen. Das wird sonst nicht funktionieren, damit ich das gut herausstellen kann. Also entweder, was nehmen wir denn? Ach, nehmen wir mal heute Lila. Letzter Versuch, will ich damit nicht sagen, aber wir nehmen es einfach mal. Also entweder der Markt läuft nach unten. Also das heißt, jetzt ist die Korrektur. Dreht hier rum an dieser Stelle und läuft hierin. Das heißt, das wäre jetzt das Szenario. Der Markt nimmt das Ganze wieder auf. Das heißt, läuft hoch und dann Stück für Stück wieder runter und bildet hier untergeordnet einen Abplatztrend. Das wäre dann das Szenario, dass man sagen kann, okay, der Markt läuft wieder in Trendrichtung. Was sind dann Anlaufpunkte? Selbstverständlich erstmal hier unten dieses aktuelle Tief, dieser kleinen Gegenbewegung bei 1,56, 7,13. Danach natürlich hier das Tagestief, was wir hier haben. Das ist auch ein Bereich im Trendverlauf der Stunde. Das sieht man sehr schön hier schon. Wir gucken uns die Stunde aber gerne nochmal an. Das wären dann Anlaufbereiche nach unten. Aber wenn er das macht, was er gerne macht, dann macht er das. Bildet er einen neuen Aufwärtstrend. Der hat dann natürlich wieder Potenzial nach oben hin. Das heißt, was wir jetzt hier an dieser Stelle machen, ist, wir schauen uns mal die Stunde an. Ich nehme jetzt mal diese Zeichnung wieder raus, weil die uns im Stundenchart nur stören. Und wir schauen jetzt einfach mal, was passieren muss, damit die Stunde hoch oder runter läuft. Und was wir hier in der Stunde sehen, ist aktuell ein Fakt, wo wir die Unentschiedenheit immer noch genauso wieder gespiegelt bekommen. Wie soll es auch anders sein? Das geht nun mal nicht anders. Aber wir sehen jetzt hier in der Stunde, das war der Abwärtsschub sozusagen, wo man den Trend in der Stunde schön sehen kann. Der wurde hier durch Bildung dieses Aufwärtstrends weggemacht. Und jetzt sind wir halt hier schon wieder hoch unterwegs. Und jetzt kommt es darauf an, setzt sich dieser Aufwärtstrend fort, dann sind die Chancen gegeben, dass wir tatsächlich hier oben drüber laufen und einen Aufwärtstrend machen. Das ist das eine. Kann man auch sehr schön traden über die kleinen Zeiteinheiten in die Stunde hier in diesen Aufwärtstrend rein. Müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Wir haben hier oben kein neues Hoch geschrieben. Wenn es jetzt hier nach unten geht, ändert sich die Sachlage ein bisschen. Das heißt, die kleinen Zeiteinheiten, da muss man dann etwas vorsichtig sein. Mit Blick in die Stunde ist aber alles in Ordnung, weil wir haben ja kein Hoch geschrieben. Bloß wenn sich dann hier unten in der Stunde auch wieder eine Abwärtstendenz bildet, dann ist das eher so der Fall. Die Händler überlegen noch, es geht dann doch wieder etwas ein Stückchen runter. Tendenz eher in die Abwärtsrichtung. Aber es ist hier noch nichts gestochen und gehauen. Das heißt, wir kriegen die Entscheidung tatsächlich erst dann faktisch, wenn Trends da sind. Das heißt, wenn wir entweder den Aufwärtstrend bekommen oder aber den Abwärtstrend. Und dass sich so eine Geduld entsprechend auch auszahlt, das sehen wir halt immer wieder in diesen Trendverläufen hier. Hier haben wir es auch gesehen. Hier, da war der untergeordnete Bewegungstrend gebrochen. Es gab aber noch keinen neuen Abwärtstrend. Dann ging es wieder hoch und dann kam der große Schub nach unten. Das ist doch interessant. Und genau so ein Spiel hat man hier drüben auch. Hier hat sich entsprechend der Markt etwas nach unten entwickelt. Dann ging es nochmal nach oben und dann kam der richtige Schub rein. Der hat dann alles entsprechend auch kaputt gemacht. Und nach unten gelaufen ist sozusagen. Das ist interessant. Und das ist jetzt das, was wir hier aktuell auch wieder sehen. Das heißt, hier einfach nur entspannt an der Seitenlinie stehen. Und dann, wenn wir hier oben drüber laufen, dann zeigt uns die Stunde an, es geht eher nach oben. Wie schon gesagt, wenn wir runterlaufen und den Abwärtstrend hier auf Stundenbasis auch wieder bilden, dann sieht es eher so aus, als wenn wir hier unter dieser Marker drüber laufen. Also das ist interessant, das, was der Markt uns hier an dieser Stelle entsprechend zeigt. Das waren hier die Handelssignale für den heutigen Tag. Ich hoffe, es waren ein paar schöne Sachen dabei, wo Sie oder Ihr selbst auch den ein oder anderen Trade als Idee auch herausarbeiten können. Ansonsten gibt es morgen früh, fragen Sie sich jetzt keine, natürlich wieder den neuen Blog-Eintrag mit schönen neuen Handelsideen. Und wir treffen uns dann hier an dieser Stelle um 8.30 Uhr wieder, wenn es dann heißt, der Blick in die aktuellen Trading-Ideen. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss, bis morgen.